Die Immobilienpreise sind im Sinkflug, wie Daten der österreichischen Nationalbank zeigen. Was das für Anleger bedeutet, wie lang dieser Trend anhalten kann und was eine mögliche Leitzinssenkung am kommenden Donnerstag für Auswirkungen hätte. Dazu ist Madeleine Stottmeier zu Gast im Studio der Presse. Hallo. Madeleine, schauen wir uns gleich zu Beginn an, wie sich der Immobilienpreisindex entwickelt hat. Wir sehen hier 2020, seither ist er stark angestiegen. Dann 2022 im Herbst kann man sagen, gab es diesen Turnaround und seither sinkt der Immobilienpreisindex kontinuierlich. Die österreichische Nationalbank sagt, dass die Preise insbesondere für Wohnimmobilien in Österreich überbewertet sind. Österreich weit um 19 Prozent, in Wien sogar um 27 Prozent. Die Entwicklung, die wir jetzt sehen, nämlich dass die Preise sinken, ist das nicht eigentlich eine logische Konsequenz, also eine Preiskorrektur nach unten? Die Nationalbank hat hier sicherlich angedeutet, hier muss Luft raus aus dem Markt. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass eben durch die günstigen Kredite das sicherlich angefeuert war und zweitens auch, solange internationale Investoren weiterhin in Österreich und vor allem in Wien investiert haben und die Potenzial gesehen haben, hat das natürlich auch die Preise nach oben getrieben. Von daher war das ein kleiner Boom, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Haben die ausländischen Investoren das Interesse an Wien und Österreich verloren? Es kommt darauf an, selbst internationale Investoren sind auch auf Finanzierungen angewiesen und das wird jetzt, glaube ich, dann der Knackpunkt mit der EZB-Entscheidung, die ja diese Woche noch aussteht. Da schauen wir dann gleich noch hin. Zunächst einmal noch, es gibt einen deutlichen Unterschied bei der Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, zwischen Neubauten und gebrauchten Immobilien. Neubauten sind eigentlich teurer geworden, während gebrauchte Immobilien doch recht viel günstiger geworden sind. Und Matthias Reit von Reifers & Research sagt dazu, die Zweiteilung des Marktes ist ein Trend, der wohl gekommen ist, um zu bleiben und daher auch das Jahr 2024 prägen wird. Wie ist denn diese Zweiteilung überhaupt zu erklären? Ja, einerseits gibt es die Zweiteilung bei den Kategorien zwischen gebraucht und Neubau und andererseits zwischen Wien, also der Bundeshauptstadt und dem Rest von Österreich. Also wenn wir auf den Neubau schauen, da gibt es einerseits eben diese hohen Baukosten, die vor allem jetzt durch die Lohnanstiege gestiegen sind oder zumindest hochgeblieben sind, wo die Verkäufer nicht runter wollen vom Preis. Und auf der anderen Seite haben wir dann die gebrauchten Eigentumswohnungen, die auch ein bisschen unattraktiver werden, einfach durch erneuerbare Energien. Also da wollen die institutionellen Investoren, wenn wir auf die Anfangsfrage auch wieder zurückkommen, die wollen in sowas nicht rein, weil da eben erneuerbare Energieansprüche einfach da sind und bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen. Also hier ist auf jeden Fall die Spannung, die bleibt erhalten. Und zwischen Wien und dem Rest von Österreich spielt vor allem die Rolle, dass eben außerhalb von Wien die Leute vor allem Eigentum für ihren Eigenbedarf kaufen und in Wien viel mehr mit Investorengeld gearbeitet wird und viel mehr Liquidität im Markt ist. Und da sieht man auch einfach mehr Transaktionen, da ist ein bisschen mehr Bewegung drin. Du hast es schon angesprochen, am Donnerstag, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wird die EZB den Leitzinn senken um 25 Basispunkte. Das heißt, Kredite werden eine Spur billiger. Dazu kommt, dass durch diese hohe Inflation auch die Löhne zuletzt sehr stark gestiegen sind. Das sind beides Kriterien, die darauf schließen lassen, dass Geld zur Verfügung steht, um Immobilien wieder zu kaufen. Wird das passieren? Also wir gehen davon aus, dass die EZB den Leitzinn sinkt. Ganz sicher wissen wir es ja noch nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eingepreist im Markt, würde ich sagen. Und Analysten gehen davon aus, dass es passieren wird. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, okay, was hat das für einen Effekt auf die Preise? Also einerseits steigen eben die Löhne, andererseits sind natürlich auch die Erhaltungskosten auf andere Haushaltsausgaben gestiegen, wie Energie, Transportkosten, Lebensmittel. Das muss ja auch eine Familie irgendwie einplanen. Das heißt, solange das nicht im Gleichgewicht ist, also die, sag ich mal, Immobilienpreise, solange die nicht weiter sinken oder die Kreditzinsen nicht erheblich mehr sinken oder die Einkommen nicht viel mehr steigen, haben wir immer noch ein bisschen ein Ungleichgewicht, was die Immobilien eigentlich noch weiter auf einem eher weniger leistbaren Niveau hält. Apropos Ungleichgewicht, wie lange wird es denn dauern, bis Angebot und Nachfrage am Immobiliensektor wieder zueinander gefunden haben? Also die Analysten gehen davon aus, dass zwischen 2023 und 2026 die Einkommen ungefähr um ein Viertel steigen. Und das heißt, man geht dann damit aus, dass so ab 2026 eigentlich wieder ein Gleichgewicht sein sollte, was dann dafür sorgen könnte, dass Immobilien wieder leistbarer werden. Heißt das aber, dass Immobilien bis dahin weiter billiger werden müssen oder dass die Einkommen so viel mehr steigen, dass sich das die Waage hält? Und wenn jetzt sozusagen Immobilien billiger werden müssen, kann man das quantifizieren? Wie viel Prozent geht es hier? Genau, da geht es um alle Bewegungen. Einerseits wird davon ausgegangen, dass wirklich die Immobilienpreise bis dahin noch weiter sinken. Und man rechnet für das letzte Jahr und für heuer mit ungefähr fünf Prozent. Und man erwartet aber, damit es überhaupt wieder steigt, also nachhaltig die Preise steigen, also über alle Kategorien hinweg, dass vorerst um 20 Prozent reduziert werden muss. Und natürlich steigt in der Zeit die Einkommen, die sind natürlich nachgelagert den Zinsen, die sind ja jetzt erst angehoben worden. Gleichzeitig fallen die Immobilienpreise und dann wird halt geschaut, wie flexibel bleibt der Zins, also wie weit geht der Zins runter. So stark, wie wir das jetzt in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben, wird es sicherlich nicht werden. Deswegen spielt das Einkommen eine ganz, ganz große Rolle bei der Leistbarkeit vom Wohneigentum. Martin, vielen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen.